Hallo Leute, herzlich willkommen zum Weihnachts-Special von den Profi-Amateuren. Auch wir haben natürlich Weihnachten gefeiert und da gehört natürlich so ein Adventskranz mit dazu. Zum Weckschmeißen zur Schad haben wir gedacht, wir zeigen euch jetzt mal, wie man so ein Adventskranz auf jeden Fall nicht anzünden sollte. Ja, was gibt's zu sagen? Ich habe jetzt hier noch zwei Kerzen. Die Originalkerzen sind ja schon abgebrannt, so wie das sein sollte in der Adventszeit. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie man ein Adventskranz am besten nicht anzündet. Und zwar... Ui! Scheiße! So sollten wir es auf jeden Fall nicht machen. Aber vor allem bei heute bei minus 10 Grad ist es ja eigentlich wirklich eine saure Sache. Aber wenn man dann wieder ausmachen will, einfach auspusten, kennt ihr ja. Einfach ersticken. Und nicht einatmen. Ja, soviel zum Weihnachtsspecial. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.